Du möchtest von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln. Das ist nicht ohne weiteres möglich. Worauf du achten musst, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Leichkamp Versicherungsmakler. Die gesetzliche Krankenkasse ist ein Solidarprinzip. Das heißt, jeder zahlt seinen Beitrag in den Topf hinein und aus diesem Topf wird direktes Geld genommen, um zum Beispiel Behandlungen im Alter zu finanzieren. Das heißt, alle zahlen ein und letztendlich wird aus dem Topf auch das Geld genau für Behandlungen etc. benutzt. Früher war es möglich, dass zum Beispiel du in jungen Jahren in die private Krankenversicherung gewechselt bist und günstigere Beiträge gezahlt hast. Warum? In der privaten Krankenversicherung wird das Ganze anhand von den Leistungen kalkuliert und in der gesetzlichen Krankenkasse werden die Beiträge anhand von deinem Einkommen kalkuliert. Dementsprechend sind viele in die private gewechselt und sobald später die Beiträge einfach zu hoch waren und die Behandlungskosten überhand genommen haben, ach, dann sind wir einfach wieder in die gesetzliche zurückgewechselt. Man hat zwar nie in den Topf eingezahlt, hat aber davon profitiert und dementsprechend wurde vom Gesetzgeber hier ein Riegel vorgeschoben, dass das nicht ohne weiteres mehr möglich ist. Welche Riegel sind das? Erstens mal die Altersgrenze von 55 Jahren. Bist du drüber, ist es sehr, sehr schwer, wieder in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln zu können. Es ist möglich, aber sehr, sehr schwer. Wenn du Angestellter bist, und jetzt gehen wir mal in die Details rein, ist die Jahresendgeltgrenze von brutto 64.350 Euro, Stand 2022, die entscheidende Marke. Das heißt, liegst du langfristig unter diesem Einkommen, dann kannst du in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln. Sollte das nicht der Fall sein, ist es etwas schwieriger. Das heißt, wenn zum Beispiel ein 13. Gehalt gestrichen wird oder du zum Beispiel von Vollzeit auf Teilzeit wechselst, dann liegst du unter dieser Marke und kannst letztendlich in die gesetzliche zurückwechseln. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, und zwar anhand der Entgeltumwandlung. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Einkommen verringerst, indem du zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge einzahlst, dann kannst du dein Einkommen dementsprechend verringern und auch dort wieder in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln. Du musst aber aufpassen, du kannst nicht mehr als 3.384 Euro jährlich umwandeln. Dementsprechend ist natürlich das auch bis zu einem gewissen Punkt limitiert. Als Selbstständiger bist du natürlich in der Ausgangssituation, dass du entweder freiwillig gesetzlich versichert bist oder dich natürlich dann privat versicherst. Die meisten sind privat versichert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln möchtest, müsstest du dein Gewerbe abmelden und monatlich nicht mehr als 415 Euro verdienen. Das heißt, auch Mieteinnahmen werden da zum Beispiel mit eingerechnet, also nicht so leicht möglich. Du könntest aber zum Beispiel auch ins Ausland ziehen. Dort muss aber die Krankenversicherungspflicht vorherrschen und zum Beispiel nach einem Jahr wechselst du dann zurück, ziehst dann zurück nach Deutschland und versicherst dich Pflicht beziehungsweise freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse. Also das sind sehr, sehr rabiate Schritte, die man normalerweise nicht macht. Solltest du zum Beispiel dein Gewerbe aufgeben, dann kannst du auch zum Beispiel in die gesetzliche Krankenkasse wechseln. Aber unterm Strich sind das sehr, sehr rabiate Schritte. Ich empfehle meinen Kunden erstmal zu überdenken beziehungsweise kalkuliere mit meinen Kunden das durch, ob es nicht Sinn macht, den Tarif zu wechseln beziehungsweise einen Selbstbehalt einzubauen in der privaten Krankenversicherung oder eben Leistungen zu streichen, damit die Beiträge zum Beispiel günstiger werden. Bist du älter als 55 Jahre, haben wir genau eben diese Fälle. Das Gewerbe muss abgeweldet sein. Du musst einen Partner haben, der eine Familienversicherung zum Beispiel hat in der gesetzlichen Krankenkasse. Und dementsprechend kannst du mit dem abgemeldeten Gewerbe mit weniger Einnahmen als 450 Euro als dieses Minijob einkommen. Dann könntest du bei deinem Lebenspartner, bei deinem Ehepartner mit in die Familienversicherung aufgenommen werden. Sind diese Punkte nicht gegeben, wird es nicht möglich, in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Du siehst, der Gesetzgeber hat hier anhand von den Regularien einige Hürden aufgestellt, die es zwar zum Gehen gibt, allerdings sind diese nicht ganz so einfach zu bewältigen. Am besten sprichst du in solchen Situationen, in solchen Punkten, wo es um Gesundheit beziehungsweise um die Beiträge in deiner Gesundheitsvorsorge geht, immer mit einem Experten, mit einem Versicherungsmakler und kalkulierst und bedenkst alle Punkte durch, ob wirklich ein Schritt in die GKV sinnvoll ist oder ob man nicht lieber die PKV-Tarife reduziert, Selbstbehalte einbaut etc. pp. Wie gesagt, meine Kontaktdaten findest du in der Videobeschreibung, da kannst du jederzeit Kontakt aufnehmen und wir können die einzelnen Punkte durchsprechen, worauf es ankommt und was in deiner individuellen Situation wirklich Sinn macht. Das war es kurz und knapp zu diesem Video. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico. Bis dahin, ciao, euer Nico.